Hey Leute, herzlich willkommen zu einem neuen Video bei Spiel mit mir Apps und Games und heute mit einem echt lustigen Spiel und zwar von Baby Buzz Kids Games ist das mein Baby Panda Koch. Ja, Baby Panda ist das Leute, ein echt lustiges Spiel und das möchten wir heute mit euch testen. Auf Englisch heißt es My Baby Chef. So, und wir wollen das heute mal mit euch spielen. Heute ab Null Jahren natürlich und wir nehmen vielleicht auch mal Baby Panda. So, und was kann man mit diesem Spiel denn machen? Du kriegst vielleicht jetzt mal hier sowas. Okay, und hier können wir uns anscheinend jetzt ein bisschen was raussuchen. Zum Beispiel Fleisch. Ah, okay. Und das können wir hier schneiden und dann ab in die Panda. Ist ein Spiel für kleine Kinder. Baby Panda gibt es ganz viele Spiele, werden wir euch auch vorstellen. So, aber hier ist jetzt irgendwie nix drinne. Das müssen wir noch mal ein bisschen besser hinbekommen. Vielleicht dann hier. Ah, okay. Jetzt wird es besser. Wir können das hier ein bisschen umverteilen. Ja, ein bisschen Salz. Pfeffer. Und das brauchen wir nicht. So, wieder ausmachen. Denn jetzt müsste das Essen eigentlich fertig sein. Oh, das wäre sehr, sehr cool. So, dann lass es dir mal schmecken. Na, wie ist es? Ja, da freut sich aber einer. Das funktioniert ohne Problem. Weil wir schon wieder was neu ist. Aber du kriegst als erstes jetzt hier mal ein Fleischgerütt. So, schmeckt es. So, vielleicht als nächstes jetzt mal was zu trinken. Können wir die hier auch aufmachen. Ich glaube nicht. Vielleicht ein Orangensaft. Erstmal ein bisschen zerschneiden. So, okay. Dann geht es rüber zum Mixer. So, jetzt wird gemixt. Oh, und wir können hier ein bisschen was. Was ist das denn? Okay. Und das hier auch. Das ist ein Zaubertrank. Machen wir Zaubertrank. Und dann wird das Ding wieder geschlossen. Und es wird gemixt. Und es wird zum Zauberusen, wie gesagt, glaube ich, Leute. Ja. So, wieder rausmachen. So, in welches Klapp fängt das hier? Das ist doch lustig aus. Und dann lass es dir mal schmecken. Und wie ist es? Schmeckt? Ja, dem schmeckt es so blöde. Nein, gar nicht irgendwie. Gut, machen wir dir noch was anderes zu essen. Wie wäre es denn mit Fisch? So, ab in die Pfanne damit. Das wird natürlich schön verteilt. Und bei Fisch, da brauchen wir Geld. Verständlich noch. Oh, und jetzt hat man es Farbe verändert, damit wir wissen, okay, wir können es... Oh, jetzt wird, glaube ich, schon zu viel. Das war, glaube ich, vielleicht schon zu viel, Leute, auf den Teller. Und wie schmeckt es? Ja, super. Schön. Okay, vielleicht wechseln wir jetzt mal zu Löwen. So, Löwe, was willst du denn essen? Du willst vegetarisch? Gut, dann kriegst du eine Karotte zum Beispiel. Die wird natürlich auch, ja, obwohl eigentlich nicht so in die Pfanne. Aber gut, wir machen das jetzt mal in der Pfanne. Buh, 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 buh. So, das sollte weichen. Das kommt auf den Teller. Und guten Appetit. Finde ich sehr, sehr witzig, dieses Begrünen hier. Finde ich sehr witzig gemacht. Und auch für dich gibt es was zu trinken, und zwar Melonensaft. Und schaut euch diese Melonen mal an. So, rein damit. Und da kommt jetzt Milch mit rein. Packt rein. Aber gut. Klappe zu. Mixer an. Und schaut euch das mal rein. Sehr, sehr viel. Mein Babypanda. Und das gibt es in diesem hier. So, dann lass es dir mal schmecken. Na, wie schmeckt es? Ein super Spiel für kleine Kinder, Leute. Was sagt ihr? Schreibt es doch mal in die Kommentare. Jetzt als letztes vielleicht noch hier das Endchen. Sieht aus wie so eine Endtunde. Ganz. So, für dich vielleicht, ja, noch was Vegetarisches. Mit Bucke zum Beispiel. Wäre cool, wenn ihr noch ein paar zusätzliche Sachen dabei hätten. Das ist ein bisschen wenig, aber kleine Kinder, auf jeden Fall sehr, sehr spaßig. Ein bisschen Pfeffer. Das sollte reichen. Auf dem Teller. Und dann guten Appetit. Du bekommst jetzt auch noch was zu trinken. Und zwar Kiwisaft. Du bekommst Kiwisaft, die schon geschält. Ab zum Mixer. Und das wird wieder ein Zaubertrank. Oder ein Regenboden. Trank. Ja, super. Exakt. Super. Warten, warten. Diesmal ein Gliedesglas. Und wie schmeckt es? Was ist das denn? Okay. Leute. Mein Babychef, mein Babypandakoch von Babypanda. Oder Babybuzz. Leute, wenn ihr Spaß hattet, gerne einen Daumen nach oben, wenn es euch gar nicht gefällt. Daumen nach unten aber trotzdem Abo da lassen, Leute. Denn dann verpasst ihr kein Video mehr von uns, Leute. Was sagt ihr zu den Babypandaspielen? Vielleicht noch ein paar mehr? Schreibt es in die Kommentare. Leute, bis wir uns beim nächsten Mal. Ciao!